hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen weekly reading von mir es ist jetzt schon ein paar wochen her als das letzte video dieser art online gegangen ist aber jetzt habe ich wieder mehr lust die videos zu schneiden zu drehen habe ich immer wieder getan aber ja ich habe es halt nie geschnitten deswegen kam auch kein weekly reading oder anderes video in den letzten wochen online aber dieses soll es jetzt auf jeden fall werden wir haben dienstag 22 10 und ich habe eben gerade noch meinen heutigen abschnitt gelesen in meinem bodyread und ja plan ist es das buch bis ende des monats zu lesen also bis donnerstag zu lesen deswegen habe ich noch mittwoch und donnerstag in etwa 90 seiten vor mir mal mehr mal weniger je nachdem wie das kapitel halt eben hergibt es geht auf jeden fall um die spiegelreisende die verlobten des winters von christelle dabeau das buch beziehungsweise bei dem buch habe ich überlegt ob ich es abbreche weil es mich nach knapp 200 seiten immer noch nicht begeistern konnte es ist okay bisher es wird auf jeden fall interessanter ich mag thorn zwischen lieber es wird nicht unbedingt also spannend ist es immer noch nicht ich finde es einfach interessant aber nicht spannend also ich finde daran hätte man meiner meinung nach ein bisschen was noch hätte machen können das war kein korrekt deutscher satz aber egal ja aber es ist halt eben interessant ich werde das buch beenden wie gesagt im märz ist noch meinen plan das sollte auf jeden fall auch machbar sein mit den 89 seiten die nächsten zwei tage und dann habe ich das buch beendet ob ich die reihe weiterlesen werde oder nicht werde ich am ende des buches dann mir überlegen ja mehr kann ich aktuell zu dem buch nicht sagen ja das ist das was ich aktuell lese ich habe auch noch ein hörbuch heute angefangen während dem haushalt und zwar den zweiten band der lovely curse reihe und zwar botin des schicksals von kira licht und hier habe ich jetzt 15 prozent des buchs gehört ich bin wieder super in die geschichte reingekommen aber auch immer weil in den ersten paar kapiteln immer wieder ein bisschen was von vorher erzählt wurde was ich total gut fand weil es ist auch schon ein bisschen her dass ich das buch zuletzt gelesen habe und jetzt bin ich wieder in der geschichte drin und bin gespannt wie es hier eben weitergeht das ist ja so quasi ja es geht eben um vier todesboten und genau das fängt im ersten band an und geht jetzt halt eben in diesem buch weiter da werde ich morgen doch morgen vielleicht auch mal gucken auf jeden fall donnerstag weiterhören das werde ich auf jeden fall nicht mehr im märz beenden aber das ist auch überhaupt nicht schlimm das werde ich dann Anfang april beenden ja ich bin ja momentan dabei so ein paar reihen zu beenden oder vorzusetzen ich fange natürlich auch wieder rein an ich muss gerade mal ein bisschen meine bücher hier sortieren damit ich euch noch ein bisschen was zeigen kann apropos beenden wobei das völlig egal ist weil es ein reread für mich ist ich habe isara stelle wasser von jördippel beendet letztes mittel letzter woche donnerstag mittel oder donnerstag ne am wochenende am samstag ne freitag freitagnacht habe ich es beendet genau ich liebe isara halt einfach und auch beim zweiten mal lesen liebe ich isara immer noch sehr und bin sehr froh dass ich das rereadet habe hier sind auch post-its drin ich weiß nicht wie gut ihr das erkennen könnt ja es hätten mehr sein können aber wenn ich ein buch lese und es mich fesselt dann habe ich keine zeit dafür mir post-its reinzukleben vielleicht beim dritten mal lesen ich freue mich auf jeden fall sehr darauf die geschichte weiterlesen zu können je nachdem wann wie wir unseren body read jetzt hier weiter planen werden ja das ist natürlich ein reread wie die komplette reihe aber ich das ist eine reihe die könnte ich immer und immer wieder lesen auf jeden fall am sonntag beendet habe ich dann bad for you critical life 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 for every clients das ist der siebte band der seapreeze reihe hier geht es eben bleibt die gerne alleine ist und ja mit anderen menschen gar nicht so sehr in berührung gekommen ist was eben mit ihrer vergangenheit zu tun hat und dann zieht sie in ihre erste eigene wohnung nach seapreeze und trifft dann auf ihren nachbarn grit und grit ist wie man aus den vorherigen bänden auch schon kennt sänger der rock einer rock band ich habe gerade vergessen wie sie heißt ja er feiert hat immer sehr lange und das gefällt bleibt jetzt nicht unbedingt aber gefällt ihm gefällt ihr nicht unbedingt deswegen geht sie halt eben zu ihm und bittet darum dass er die musik eben leiser dreht und ja dann lernen sich die beiden aber so ein bisschen besser kennen und ja dann funkt es irgendwann zwischen den beiden hat mir sehr sehr gut gefallen habe ich bei grit ehrlich gesagt nicht erwartet nachdem was ich in den vorherigen bänden gelesen habe vor allem in dem band davor wo es um jess und jace gegen jason und jess ich glaube das war der band davor genau in dem band davor hätte ich nicht gedacht dass kritz geschichte ja so toll sein oder gut sein wird für die verhältnisse aus deren jahr das buch eben ist ja ich habe noch zwei bände aus der reihe vor mir und dann habe ich die reihe komplett abgeschlossen das heißt die nächsten zwei wochen beziehungsweise diese woche und dann die nächste woche werde ich den band acht und neun lesen dann habe ich die komplette reihe gelesen und dann kann ich mich an die nächste abby kleins reihe machen ich habe auch schon drei bei der nächsten reihe die ich angefangen habe hier das heißt da werde ich genauso fortfahren ich mag das eigentlich ganz gerne an einem wochenende so ein kurzes büchlein komplett zu lesen ja und dann habe ich die reihe endlich mal von meinem sub befreit denn es sind teilweise sind die bücher schon fünf jahre auf meinem sub also viel viel zu lang dann zeige ich euch ganz kurz was bei mir am wochenende ich glaube samstag neu eingezogen ist ich war da mit meinem freund in der stadt ich gehe dann immer in die buchhandlung weil sie halt eben da ist und stöbe halt immer mal ganz gerne und ja das sind halt einfach buchhandlungen da bin ich halt eben sehr gerne drin und es gibt aber ein buch von dem ich in den letzten wochen tagen vor allem sehr viel positives gehört habe und es hat mich super super neugierig gemacht und und deswegen durfte dann bei mir einziehen worlds collide von annabelle stehe hier geht es ja um eine beauty tuberin fiona aus england die von event zu event reist und dies aber eben nicht in ja nicht so klammerös aufgewachsen wie es jetzt eben scheint sie hat übrigens auch ihre eigene merkab linie denn denn sie ist aufgewachsen in sehr ärmlichen verhältnissen und nutzt jetzt eben ihre reichweite und anderen zu helfen dann wird sie aber aus versehen in einen skandal verwickelt beziehungsweise deckt das youtuber damien einen skandal auf in den fiona eben und freiwillig verwickelt ist und auf einer convention versucht sie dann eben ihren guten ruf zu retten und sitzt dann ausgerechnet in dem panel neben damien ich bin sehr gespannt wie mir das buch gefallen wird das ist auch super super dick was ja bei so januettel romans eher selten ist es sind 550 knapp über 550 seiten ich finde auch die kapitel anfänge super super schön ich bin sehr gespannt auf das buch das muss noch ein bisschen warten weil andere bücher erst noch vorrang haben aber dann wird das auf jeden fall gelesen ich möchte nämlich meine neuzugänge zeiten anlesen warum dieses buch warten muss zeige ich euch auch jetzt und zwar war ich ja in der bibliothek schon vier wochen her und habe mir dort bücher ausgeliehen und zwar möchte ich wenn ich die spiegelreisende beendet habe mit dance into my world von marion vivian hase beginnen da ist schon ein lesezeichen drin aber ich habe eben noch nicht angefangen ja da werde ich euch dann wenn ich lese auf jeden fall mehr erzählen bisher kann ich da jetzt noch nicht viel zu sagen weil ich es nicht gelesen habe freue ich also bin ich schon sehr gespannt drauf und dann gibt es eben noch ein zweites buch was ich mir aus der bibliothek ausgeliehen habe und zwar city of burning wings die aschekriegerin von lily es morgen das dürfte ein fantasy einzelband sein und ja den werde ich auch noch lesen damit ich die beiden bücher dann wieder zurück in die bibliothek geben kann und mir ein neues buch oder zwei neue bücher ausleihen kann ist zumindest der plan dass es bei zwei büchern bleibt vielleicht kriege ich ja den folgeband hierzu falls mir das buch richtig gut gefällt mal gucken zu was ich da greifen werde genau und deswegen muss eben what's collide ein kleines bisschen noch warten genau das sind so aktuell die bücher die ich lese gelesen habe neu eingezogen sind höre wie auch immer ich melde mich dann im laufe der woche wahrscheinlich donnerstag wenn ich oder freitag wenn ich die spiegelreisen dann beendet habe dann kann ich euch auch ein bisschen mehr zu lovely curse erzählen weil ich da dann auch weiter gehört habe und ich denke am wochenende ja werde ich eben den achten band der series reihe anfangen hold on tighter geht es um joanne und sienna und wenn ich das dann am wochenende beendet habe werde ich sehr wahrscheinlich anfangen nächste woche dann mit dance into my world beginnen oder am freitag schon mit dem buch beginnen gucken je nachdem wie ich lust habe oder ich lese freitag und samstag ihr werdet jetzt auf jeden fall mitbekommen was ich lesen werde und so weiter und so fort ja ich sitze heute hier weil ich eben zwei videos gedreht habe und ich dachte mir ich kann mich aber trotzdem ja ein leseupdate geben ich hatte euch versprochen am donnerstag mich zu melden wenn ich die spiegelreisende beendet hat ich habe sie am donnerstag beendet aber allerdings irgendwann um 23 15 oder sowas und danach hatte ich ehrlich gesagt keine lust mehr mich zu melden aber ich habe die spiegelreisende beendet ich weiß nicht so genau was ich zu dem buch sagen soll habt ich habe euch ja erzählt wie ich zu dem buch stehe das ende muss ich sagen war doch schon wieder interessant und hat mir auch sehr viel spaß gemacht und macht mich auch neugierig weiterzulesen aber wenn ich an die geschichte denke denke ich auch immer an die ersten 200 seiten beziehungsweise das ganze buch was nicht besonders spannend war ehrlich gesagt und verspüre dann nicht allzu viel lust die reihe weiterzulesen deswegen weiß ich nicht so ganz genau was ich mit der reihe mache und hoffe dass ihr mir hier ein bisschen weiterhelfen könnt und mir die kommentare schreibt wie euch die reihe gefallen hat oder wie euch die folgebände gefallen hat wenn ihr die reihe noch nicht komplett gelesen habt ich weiß nicht was ich damit machen soll einerseits möchte ich weiterlesen aber andererseits auch nicht und ich glaube die gibt es auch nicht als hörbücher weil ich glaube als hörbücher würde ich sie eher hören als zu lesen ich weiß es nicht super super schwer ich bin auch mit den karakteren nicht so richtig warm geworden vor allem nicht mit toren der war mir am anfang so unsympathisch das hat sich zum ende hin ein bisschen verbessert aber auch nicht so extrem viel ich habe eine gemischte meinung zu diesem buch es darf auf jeden fall wieder ausziehen weil es nicht noch mal lesen werde und wenn dann könnte ich mir noch meine bibliothek ausleihen da ist es auf jeden fall vorrätig aber es darf ausziehen falls irgendjemand interesse an diesem buch hat schreibt mir gerne instagram per e mail wie auch immer es ist ein bisschen schief gelesen ich habe das ganze aber auch schon gebraucht gekauft also es ist nicht von mir so schief gelesen ich kann es euch ja mal zeigen wie es ist also hier ist vorne so sieht das ganze aus falls ihr mal interesse an ein buch hat meldet euch gerne ich habe es gibt es gerne ab es sucht ein neues zu hause und jetzt habe ich ja nur noch lovely curse erbende finsternis von kira licht angefangen da bin ich bei 35 prozent gefällt mir weiterhin super super gut ich mag die geschichte total gerne rund um die todesboten ja ich denke da werde ich die woche oder auch nächste woche erst weiterhören und dann im laufe der nächsten zwei wochen würde ich sagen auch beenden weil ich da wirklich sehr gut vorankomme und dann kann ich euch da noch ein kleines bisschen mehr zu erzählen ich finde es sehr schwer zu hörbüchern irgendwas zu erzählen deswegen ja es macht mich auf jeden fall sehr neugierig was es mit diesen todesboten noch so auf sich hat ich finde es zieht sich so ein kleines bisschen in die länge wobei man ja auch erst sagen muss dass am ende des ersten bandes erst so richtig die todesboten aufgetaucht sind sage ich mal und da wir erst bei 35 prozent bin finde ich die geschwindigkeit an sich eigentlich vollkommen in ordnung ich habe nur das gefühl es zieht sich so ein bisschen in die länge aber da finde ich auch nicht schlimm also ich finde es gut ich mag die geschwindigkeit des buches wirklich total gerne deswegen bin ich sehr gespannt was auf den nächsten ja in den nächsten hörstunden noch so passieren wird und jetzt möchte ich ein neues buch anfangen zu lesen oder heute und zwar habe ich mich dazu entschieden dance and my world anzufangen von marian wibbenhase ich habe das ganze hier ausgeliehen und würde es gerne in den nächsten zwei wochen ungefähr zurückgeben ich habe aber noch ein anderes ausgeliehenes buch was ich auch noch lesen möchte deswegen ja ich freue mich sehr auf das buch hier werde ich euch dann mehr erzählen wenn ich es angefangen habe hier geht es ja um jade die ein schlimmes jahr in das ich hatte und deswegen ihrer heimatstadt in rücken kehren möchte und in new york einen neuanfang starten möchte deswegen fragt sie in einem café an um dort arbeiten zu können und lernt dort olivia kennen jade fährt es schwer anderen zu vertrauen und lässt sich aber dann doch von olivia dazu überreden an einer hip hop class im move district studio teilzunehmen und trifft dort dann auf austin er ist ebenfalls tänzer logischerweise und sprücheklopfer ist dabei sympathisch und witzig und die beiden merken relativ schnell dass es zwischen ihnen knistern doch dann droht jades vergangenheit sie wieder einzuholen ich bin sehr gespannt auf das buch ich habe relativ gemischte meinungen auch über die geschichte gehört aber ich hoffe dass sie mir nach spiegel die spiegelreisende ein bisschen mehr lesefluss wieder geben wird ich werde euch wie gesagt hier berichten wenn ich angefangen habe zu lesen und ein paar seiten gelesen habe hallo ihr lieben es gibt ein abschließendes fazit zu dem weekly reading und den büchern die ich jetzt noch beendet habe ich habe in lovely curse nicht weiter gehört das werde ich nächste woche machen deswegen dann im nächsten weekly reading mehr dazu ich habe aber am heute sonntag am freitag mit dance into my world von mauren vivian hase begonnen und auch am samstag beziehungsweise heute nacht um halb eins beendet und hat mir super super gut gefallen ich habe sehr gemischte meinungen über das buch gehört glaube ich zumindest ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern aber ich meine relativ gemischte meinungen über das buch gehört zu haben und demnach hatte ich nicht so hohe erwartungen also kann nicht wirklich erwartungen an das buch gehabt was glaube ich relativ gut gewesen war aber es war für mich ja jetzt in den letzten paar tagen einfach irgendwie die perfekte geschichte zur perfekten zeit das war kein highlight aber sie konnte mich super gut unterhalten ich möchte jade und austin total gerne ich mag das ganze mit dem move district ja ich mache das einfach sehr gerne ich hoffe dass ich wenn ich das nächste mal in die bibliothek komme den zweiten band step into my heart dort finde und ich muss mal gucken ob es vielleicht auch fly into my soul schon in der bibliothek gibt dann ja ich werde die reihe auf jeden fall weiterlesen alles ja super schöne geschichte für mich persönlich ist nicht unbedingt was besonderes also ich mag das besondere für mich daran ist einfach dieses mit dem tanzen weil das sehr im vordergrund steht und das finde ich total cool irgendwie und hatte ich so ehrlich gesagt auch noch gar nicht deswegen hat mir das wirklich sehr gut gefallen und bin da auf spannend auf band zwei und auch band drei da war mal wieder der akku leer ich hatte aber zu dance into my world von maren beveen hase auch schon alles gesagt und wollte weitermachen mit hold on tight duane und sienna wenn man sein oh das war das habe ich gut gefangen duane und sienna wenn man seinen namen so ausspricht von abby klein es ist der achte band der seabreeze reihe das heißt ich habe noch ein band auf den ich mich auch schon sehr freue da geht es nämlich um rock und trisha und die hat man in den bänden schon super super gut kennengelernt und bin gespannt was der ehrengeschichte erzählt aber wie gesagt hier ging es erstmal um duane und sienna sienna hatte man vorher noch nicht gekannt aber duane und ich hatte mich super doll auf seine geschichte gefreut weil er dann kam taucht immer drin vor man hat auch mitbekommen dass er eher so der bad boy war wobei das eigentlich auch so die meisten typen in den büchern waren außer marcus hardy so wirklich sonst man alles wirklich so bad boys und so weiber helden das hat man von ihm mitbekommen aber war halt so das typische in der clique irgendwie und so hat man nicht so viel ja sonst hat man nicht viel von ihm mitbekommen und deswegen mal also irgendwie war ich total naugierig aus seiner geschichte und ich muss sagen ich glaube mit der geschichte von krit hat mich die am meisten irgendwie überrascht als typ irgendwie so ich weiß auch nicht hat mir wirklich sehr gut gefallen habe ich jetzt komplett am sonntag gelesen weggesuchte 285 seiten oder sowas oder so 286 seiten habe ich gelesen hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen ich habe es super super gerne gelesen sehr unterhaltend sehr witzig es gab hier auch recht viele sex sehen muss ich sagen also ist mal mehr mal weniger habe ich das gefühl bei den büchern hier war es mal wieder ein bisschen mehr aber jetzt auch nicht zu übertrieben und das war auch so das erste mal wirklich bei der hälfte des buches ungefähr also war eigentlich vollkommen in ordnung aber es war jetzt auch nicht zu oft muss ich sagen also für mich persönlich war es jetzt nicht zu oft es war noch angemessen und für abby kleins bücher war das in ordnung würde ich sagen super unterhaltende geschichte manche wirklich sehr sehr witzig es ist ja auch so dass ne ich erzähle eigentlich gar nicht so viel zu dem buch ich will eigentlich gar nicht so viel zu dem buch erzählen ich habe nämlich den gelappen text auch nicht durchgelesen und war sehr überrascht und das hat mir sehr gut gefallen deswegen hätte ich dazu gar nicht so viel erzählt ich werde euch aber das buch beziehungsweise alle bücher die ich euch im video gezeigt habe und von denen ich erzählt habe in der infobox verlinken dann könnt ihr euch dadurch lesen warum es geht aber ich werde jetzt zu dem glatten text nichts sagen und eigentlich habe ich auch nicht mehr zu dem buch zu erzählen weil es ist halt ein abby kleins buch unterhaltend sexy time witzig gut für zwischendurch einfach aber ich bin ich muss sagen ich bin schon sehr stolz darauf dass ich die reihe jetzt fast beendet habe mir nur noch ein band fehlt und den werde ich nächste woche dann lesen dann habe ich die komplette reihe gelesen und das macht mich schon so ein kleines bisschen stolz muss ich sagen und dann kann ich mich nämlich an die nächste abby kleins reihe machen die länger als neun bänden also länger als neun bände ist und zwar die rosemary beach und da sind es aktuell eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn das müssen glaube ich auch alle sein und ich habe die ersten vier gelesen ja also ich habe auf jeden fall noch zehn bände in der reihe dann vor mir das heißt nochmal ungefähr zehn wochen zweieinhalb monate bis ich dann die andere reihe gelesen habe aber das ist ein anderes thema und jetzt habe ich ja nur noch lovely curse von kira licht als hörbuch angefangen und kein anderes buch mehr und ich habe noch eine bibliotheksausleihe die ich jetzt noch lesen werde und zwar city of burning wings von lilly s morgan das möchte ich jetzt die nächste woche noch lesen das heißt da werdet ihr auf jeden fall im nächsten weekly reading ein bisschen mehr erzählen weil ich nämlich nächste woche samstag mit meinem freund in der stadt bin und in der nähe von der bibliothek bin möchte ich das buch bis nächste woche samstag fertig gelesen haben damit ich die bücher alle zurückgeben kann weil sonst müsste ich irgendwann in zwei wochen nochmal hinfahren und das macht dann auch keinen sinn vor allem bei den spritpreisen macht das keinen sinn deswegen würde ich das auf jeden fall gerne bis samstag gelesen haben aber das sollte eigentlich ganz gut funktionieren das sind knapp 400 seiten ja und da freue ich mich schon sehr drauf ehrlich gesagt ist hier nicht wirklich ein klappentext das macht mich sehr neugierig wenn ich mir sagen ich muss gerade gesehen es ist schon sehr cool aufgemacht muss ich sagen in der hinteren klappe hier ist ja auch nochmal ist wirklich sehr sehr cool aufgemacht ich bin sehr gespannt über das buch ich habe sehr viel gutes über das buch gehört ich werde euch wie gesagt auf jeden fall berichten und erzählen wie es mir gefällt und auch das cover ist wirklich echt echt cool ja werde ich euch wie gesagt nächste woche mehr erzählen ja das waren all die bücher die ich jetzt in den letzten zwei drei tagen noch gelesen habe beendet habe angefangen habe und damit verabschiede ich mich in die nächste woche ich würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten video mit dabei sein werdet und dann bis dann tschüss